Wie ist denn das mit dieser ganzen Knast-Homosexualität? Dieses Ganze, was man da immer geschildert bekommt in Filmen und so weiter und so fort, dass da okay, in die Dusche lässt er die Seife fallen und dann geht's los. Ja, also ich habe es selber nie erlebt. In Gießen war es so, dass, weil da eben auch oft die Abrechnungen stattfanden, die Schlägereien stattfanden, dass da ein Beamter immer stand. Dann hat sich immer sehr gerne der oberschwule Beamter immer hingestellt. Das war äußerst unangenehm, die Gefangenen eben angelotzt sind. Wir wussten das natürlich alle. Aber ich habe es, so was du meinst, habe ich nie erlebt. Ich weiß aber von Vergewaltigungen und dass in Mehrfachzellen dann hilflose durchgequält wurden, vergewaltigt wurden, die dann mit der Zahnbürste die Toilette putzen mussten, die das Paunerheft halten mussten, während sich der Totschläger Gefangene einen runtergeholt hat. Und es waren dann kleine Junkies, was auch eine Ungeheuerlichkeit ist, dass es keine Delikttrennung ist. Also dass jemand, der wegen Schwarz von uns zu einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden ist, eben mit einem Totschläger zusammen in eine Zelle kommt und danach mehrere Wochen eben völlig zerstört und auch noch kriminalisiert und wieder herauskommt. Das ist ungeheuerlich, dass es eben diese Delikttrennung nicht gibt. Ich bin auch mit jemandem zusammengelegt worden. Okay, das hat man ganz bewusst gemacht. Und irgendwann, oh, Sozialpädagoge, der war schwer beschädigt. Und der war im Gefängnis, weil er mehrmals ohne Führerschein gefahren ist. Und war voll auf Medikamenten, aufgedunsen und war psychisch schwer beschädigt. Und ich war ja der schwere Bankräuber, aber die haben eben den Menschenfreund in mir gesehen und eben auch den Sozialpädagogisch Gebildeten, der sich um ihn kümmern wird, was ich dann zwangsläufig auch machen musste. Und der mir jeden Tag was vorjammerte, dass er noch drei Wochen vor sich hat. Und ich hatte noch sieben Jahre vor mir. Aber diese Szenerien unter der Dusche habe ich nicht erlebt, wird es bestimmt auch geben. Aber was in den Einzelzellen, in den Mehrfachzellen stattfindet, das ist so unglaublich. Und das habe ich eben gehört. Wo ich dann auch vorstellig geworden bin bei der Leitung und nichts geschehen ist. Wo dann eben niedere Deliktgruppen, die wegen Kleinigkeiten, aber eben schwache Menschen, die dort dann mit Berufskriminellen, schwer gewalttätigen Berufskriminellen zusammengelegt werden und die dort vergewaltigt werden, regelmäßig vergewaltigt werden über Wochen. Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Und das findet statt, ja. Und was sagen die dann drauf? Das findet statt. Man hört es irgendwann von den Leuten. Ich habe es eben von einem erfahren. Da schreibe ich auch in einem Buch, der am nächsten Tag, der hat mir eine Ersatzfreiheitsstrafe. Der hat mir das alles erzählt, sein ganzes Leid erklärt. Aber das bekommt niemand mit, weil was in den Zellen stattfindet, das bekommt niemand mit. Die sind luftdicht verschlossen, da ist eine riesige Eisentür davor. Und nachts, die Wärter sitzen irgendwo auf einem anderen Gang in ihrem Büro und laufen dann dreimal die Nacht durch das ganze Haus. Und da wagt niemand auf die Not. Wie funktioniert denn in Deutschland die Notklingeln zu gehen? Weil dann wäre man total zerstört. Aber das ist ja das Schlimmste überhaupt, wenn man sich an Sachen will, die würden dann völlig zerschlagen werden, die müssten dann sicherheitsverlegt werden. Also Denunzianten, die arbeiten ja mit Denunzianten, die werden dann sicherheitsverlegt, wenn sie aufgeflogen sind. Mich hat man ja anfangs, um mich zu packen, weil ich bin ja durch viele Gerichtsprozesse gegangen, also durch monatelang Indizienprozesse, weil man mich ja nicht fassen konnte. Deswegen hat man mir auch Denunzianten-Gefangene auf die Zelle gelegt, auf die Doppelzelle, als ich nach Deutschland kam. In U-Haft? In U-Haft, ja. Was für Wichser. Um etwas zu erfahren, um mir etwas zu entlocken. Und ich habe das immer so, die Leute sofort durchschaut. Das habe ich schon eine gewisse Menschenkenntnis. Und konnte das auch immer sehr schnell dann eruieren, indem ich einfach falsche Fährten gelegt habe, sie so verwirrt habe, bis sie dann irgendeine Aussage gemacht haben. Das war auch ein zulässiges Beweismittel gewesen? Bis sie dann eine Aussage gemacht haben, die sie nur von der Polizei bzw. aus den Akten wissen konnten, nicht von mir. Und dann war das immer vollkommen klar, dass es darum ging, dass sie auf mich angesetzt waren. Ja, das ist natürlich alles nicht zulässig. Also die Durchsuchung ist ja auch völlig illegal. Ja, hast du gesagt, ja. Aber letztlich, wenn man damit was anfangen kann, wenn Tatsachen herauskommen, dann war einer, den erkannte ich gar nicht. Der trat auf einmal im Prozess auf und der hatte ausgesagt, nach Angaben der Polizei, ich hätte ihm über eine Freistunde erzählt, ich hätte dort und dort eine Bank überfallen. Und dort hätte ich eine Damenstrumpfhose übergezogen. Also völlig, völlig abstruse Geschichten. Nur wenn sowas wirklich stattfindet und viele stehen unter solchem Druck, dass sie ein Mitteilungsbedürfnis einfach, weil der Druck so groß ist, die müssen einfach aus sich raus. Und die fangen dann an zu erzählen, viele auch, weil sie prahlen wollen. Die wollen auch damit angeben, ich habe das und das gemacht. Die erzählen dann irgendwelche Details und dann werden die Details weitergegeben und dann kann man natürlich damit was anfangen, wenn es Täterwissen ist. Wenn es Täterwissen ist, dann kann man es natürlich zurückführen, weißt du.